Hi, ich bin Reiko und im folgenden Klantutorial geht es darum, abzugucken und rauszuhören. Ich werde dir also nichts erklären. Wenn du etwas nicht rausbekommst, frag deinen Trainer oder ruf mich einfach an. Nummer ist eingeblendet. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ein herzliches Akkord-Special mit vielen Erklärungen und Hintergründen und einer vollständigen Übersicht über die Regeln der Akkord-Symbolschrift findest du im Anhang meines Buches Handwerk Plektrum-Gitarre der solide Weg zum Profi.